Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Tobas von World Gameplay. Zurück zum Werkfeuerwehrsimulator 2014 und ich wurde befördert. Cool, ne? So, neuer Part beginnt. Wie immer, den Wechselladefahrzeug habe ich jetzt, genau. Tag, ihr Nasenbären. Da ich gleich nur einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Heute überlasse ich dir unser Wechselladefahrzeug. Männer, Ruhe hier. Ich will jetzt kein Gelächter hören. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht es wieso. Das war's schon. Alle Mann haben die Arbeit und passt auf uns. Und das Wechselladefahrzeug. So, jetzt müssen wir aber beobacht geben, dass wir wieder hier, äh, wie heißt es, äh, unterbefördert sind dann. Oder degradiert, oder wie es heißt. Null Punkte. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich brauche. Keine Ahnung. Machen wir jetzt einfach mal. Wichsel, 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 leider. W-w-w-wichsel, leider. Achso, wenn es euch gefällt, macht einen Daumen hoch. Abo freut mich genauso. So. Morgen. Morgen. So, jetzt, äh, schlaf mal. Ich habe mir eh nichts zu tun, als wir schlafen. Huch. Gott. Bin ich erschrocken. Weg, weg, weg. Nein. Kommt halt zurück, oder bringt wenigstens die Fahrzeuge halt zurück. Florian 7, verstanden? Ja, hallo. Wollt ihr mich mal durchlassen? Mensch. Hallo, ich will durch. Was ist jetzt los? Hallo, ich will mein Auto. Was ist los? Lass mich durch. Ey, bis ich hier ankomme, ne? Alles sind alle verreckt. Oh. Alter. Hey, hallo, nee, Leute. Nicht mal durch die Tür gepasst. Habe ich so viel gefressen, oder wie? Oh Mann, ich habe immer von meinen Nachbarn die Pizze weglaufen. Oh Gott, was ist hier noch durch? Nein. Zurück. Oh, nee, bitte. Bitte. Hallo. Was ist das jetzt los? Wahnsinn. Ich dachte, da wurde jetzt was. Ja, sag' ich mal. Wollt ihr mich jetzt verarschen, hier, oder was? Was denn? Ja, 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 ja. Raus, 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 raus. Schnell, schnell, schnell. Schnell raus. Oh. Oh. Alter. Oh, schnell hinfahren. Oh. Oh Gott, 30 Sekunden. Soll ich doch. Oh, Mann. Na. Wo ist es denn? Ach, da. Ich könnte es schaffen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Fuck. Oh, nee. Komm. Bitte. Okay. Wir müssen doch mal laden. Ja, nicht weiter. Hallo. Spielstand. Laden. Laden. Ja, bitte laden. Oh, nee. Bitte nicht. Okay. Zum letzten Einsatz muss ich jetzt wohl nicht. Du fährst heute den TL. Okay, ich muss nochmal vorfahren machen. Ich bin wieder vor Florian 6. Oh. Mann, ey. Wieder kein Wechselwahl. Wechseladerfahrzeug. Das kotzt mich an. Okay. Das kann nicht wahr sein. Weiß. Sorry, Leute. Der ist so witzig. Oh, Mann. Bestimmt schon mein hundertster Versuch hier. Hier. Die Blume hier. Die lacht sich auch gerade anab. Ja, ey. Mensch. Toll. Darf ich wieder so lange rumfummeln, bis ich das krieg? Das hab ich erst so lange gebraucht. Hallo. Hallo. Und nur, weil ich nicht durch die Tür gepasst hab. Hallo. Hast du gerade auch den roten Elefanten gesehen? Ja, gib mir mal ein. Hast du jetzt mein Essen genommen? Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Mahlzeit. So, geht's schon los. Ja, ja. Ja. Jetzt komm ich durch, ne? Toll. Wieder den. Was er ist. Was er ist. Was ist der Alarm? Ich hab nicht zugehört. F5. Nein. Egal. Wart mal, bis wir dort sind. Wisst ihr was? Ich werde dieses Spiel auch im Livestream spielen. Und dann werde ich das dann nochmal bis dahin spielen, bis ich den Wechselladerfahrzeug hab. Weil dieser Quatsch ist hier. Das nochmal bis dahin zu spielen, um euch zu zeigen. Dann mach ich das im Livestream am Mittwoch. Dieses Spiel. Dann werde ich so lange spielen, bis ich den Wechselladerfahrzeug wieder habe. Von vorhin. Und dann geht's dann im nächsten Part mit dem neuen Fahrzeug weiter. Aber irgendwann reicht's mir. Oh. Was ist da jetzt? Hier brennt's. Okay. Uff. Erre. Zwei. Löschen. So. Fertig. Weiter. Jetzt wohnen, das haben wir schon mal. Achso. Dicht. Warum fahr ich immer in die Bäume rein? Versteh's nicht. Also wenn Need for Speed World Landwirt 2014 und Werkfeuerwehrsimulator 2014 sehen will, der muss am Mittwoch ab 21 Uhr einschalten in Livestream. Link ist unten in der Beschreibung. Mittwoch geht's los. Waaah. Wof. Guck mal, fahr ich hier. 19 Uhr. 19 Uhr. Wow, alter. Blitz. Okay, was ich euch jetzt versprochen hab, ich werde jetzt mein Fahrzeug waschen. So. Rein da. Ist hier Licht an? Ne. Kein Licht an. Machen wir das Licht an? So, ja. Gut. Ne, boah, ich war schon das Schirr. Drucken. Äh, sauber. Nicht Drucken. Drucken. Oh. Ah, hier gibt's hier so äh, Dinger. Wie heißt das? Ah ja, genau so, äh, äh, wie heißt das jetzt? Mensch. Übungen, genau. Dein Fahrzeug muss sich auf dem Übungsplatzgelände befinden. Okay. Fahren wir mal hin. Und dann machen wir mal so eine geile Übung bei Nacht. So. Jetzt. Löschen eines Fahrzeugbrands. Das machen wir jetzt. Die Eins. Zack. Die Übung startet in acht, sieben, sechs. Jetzt. So. Gut, dann löschen wir mal. Jetzt nur eine Übung. Ja, was bin ich denn da? An der anderen Seite. So. Und löschen. Jawohl. Passt. Gut. Und die nächste Übung ist löschen eines größeren Brandes. Ne, das machen wir nicht. Gott, das würden... Klar, verricke ich auch noch, oder was? Bin ich noch weiter um? Oh. Das reicht mir schon. Jetzt. So. Na gut, dann warten wir jetzt hier mal. Ich will den wieder fahren. Mann. Den da, den da. Was ist das da? Was ist das für ein Ding? Turbo-Löscher. Oh. Geil. Turbo-Löscher. Turbo-Löscher. What? Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Also, wir haben noch drei Fahrzeuge vor uns. Florian 7, 8 und 9. Gut. Wir haben jetzt zum tausendsten Mal das Florian 6. Ja. Das regt mir auf. Okay. So. Gehen wir mal raus. Na, la, 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 la. Alles engrecht? Ja, bei mir ist alles engrecht. Na, alles klar? Ja, alles klar. Hi. Hi. So. Ja, alles klar. Ja, da. Das düsen ist. Ist das da drüben nicht der Frankel? Hatte ich das jetzt schon aufgegessen? Puh, da drüben was Neues doch. Geil. So. Oh, jetzt. Ja, ja. Ist dir recht. Bin ich denn? Da. Muss ich hier mal ein Fahrzeug suchen. So. Jetzt. Los, 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 los. Bloß schnell. Oh, wie die wahnsinnig geht's. Ja. Ich will jetzt nicht mal hinkommen. Oh Gott, oh Gott. So, wo brennt's denn? Ah, da hinten. Brennt überhaupt. Ah ja, doch, da. Ey. Und was brennt jetzt? Was brennt denn? Ah. Hallo. Fahr weiter. Nie wieder hängen bleiben. Oh, sind die Rohre auch noch? Wo komm ich denn durch? Ist das gleich, wie wir dürfen freuen, oder was? Wieder aus dem Umfang, ey. Hallo. Wo ist das denn? Halle mal. Warte. Oh Gott. Ja, fahr halt weiter. Nicht stopp. Oh Mann, ey. Jetzt fahr halt durch. Krankes Stück, du. So. Oha, was hier passiert? Massaker. Äh. Wo ist mein Schlauch? Mit der Hosen noch. Oh, hier. F, 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 F. Los, mein F. Ja. Mann. Mann, ey, Mann, 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 Mann. Oh, da stehen drüben auf dem Boden. Kannst du mal helfen? Nicht den Boden verwässern. Ach, du Scheiße. Ah, fängt's da wieder an. Oh. Alter, was ist das? Was hier passiert, ey? Alter. Oha. Reicht's da drauf? Gut. Alter, hat der Tank zum Gespissen, oder was? Geht nicht immer drauf? Na ja, egal. Okay. Weiter. Weiter drauf. So. Jetzt da. Nein. Jetzt. Na. Nicht dagegen. Wo muss ich jetzt hin? Andersrum. Nein, 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 nein. So. Da fahren wir jetzt nach Hause. Fahrt sich um 9 Uhr. Schicht beenden. Und dann, wie gesagt, im Livestream geht's dann weiter an dieser Stelle. Und dann im YouTube geht's dann ab da weiter, wo ich dann wieder die Wechselladefahrzeuge habe. Was ich dann im Livestream gemacht habe. Also nicht wundern. Oh. Oh. So. La la la. Ja, das war heute wieder ein spannender, witziger Tag. Sehr aufdurchsreich. Na gut, dann fehlen uns noch 2000 Punkte. Und die machen wir dann im Livestream. Huh. Gott. Das heißt wahrscheinlich dann vier Schichten, also eine Stunde. So. Machen wir ja eh geht das Spiel eine Stunde. So. G. F. Genau. 2000 Punkten noch. Und wie gesagt, dann sehen wir uns im Livestream wieder bei diesem Spiel oder nächsten Sonntag. Genau. Wieder zu diesem Spiel in YouTube. Also dann, bis dorthin. Tschüss.